. 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 Du kannst schon auf sich herum passen, ne? Ja! Maik! Komm! Maik! Ha bloß weg! Geh ab! Malz, stopp Maik! Oh Gott! Also, ich filme mal unseren Platz. Mit offenen Schuhen. Geh mal in der Hängematte. Ich möchte einmal dich filmen in der Hängematte. Ach, das ist falsch. Geh mich mal zu, zu gemacht hab. Blöd Mann. Cool. Das sieht toll aus, Maik. Fühl dich mal wohl. Panne. Fahrräder. Auto. Auto. Die ist keine. Da war grad gefuttert. Gefuttert. Nein. Du hast den Klingst wieder auf. Hö, hö, hö. Lisa! Papa, du hast noch einen Schuh auf. Hinter dir. Guck mal. Ja. Ich versuchte ja ohne Kinder zu reißen. Aber ey! Dummes Ding. Cut!